Wie schlimm ist der Shop von Diablo 4? Das Spiel selbst zeichnet sich schon eine ganze Weile lang als richtig gut ab, aber Blizzard hat ja wirklich ein Händchen dafür bewiesen, trotz der höchsten Versprechungen, selbst potenziell richtig tolle Sachen, auf der Zielgeraden noch zu versauen. Und jetzt ist der Moment der Wahrheit da, jetzt können wir uns anschauen, ob sie das bei Diablo 4 mit dem Shop gemacht haben. Und genau das tun wir jetzt. Gucken wir doch mal rein, was dieses Ding uns so bietet, Strich zumutet. Da haben wir ihn, das ist der Shop von Diablo 4, aufgemacht als netter Kartenshop und das gibt es dort. Es gibt einen für dich empfohlen Reiter, der aktuell wohl aber noch für alle Leute das Gleiche bietet, der soll später mal wohl sich danach richten, was du gerne spielst und dir dann vor allem Sachen empfehlen für Klassen, die du gespielt hast. In meinem Fall wäre es zum Beispiel der Totenbeschwörer, der hier zufälligerweise sogar gerade auf Platz 1 ist, denn es ist natürlich die beste und eigentlich einzig wahre spielenswerte Klasse, wie jeder vernunftbegabte Mensch weiß. Damit kommt aber auch schon die erste, sag ich mal, das erste Warnsignal dieses Shops. Wofür braucht man überhaupt so einen Reiter für dich empfohlen? Es gibt hier unten noch für jede Klasse ein paar Items und da drunter noch Reittiere. Allerdings sollen diese Sachen rotieren. Das sehen wir oben rechts in drei Tagen, 17 Stunden in diesem Beispiel rotiert dieser Shop. Dann verschwinden einige oder vielleicht alle der hier angezeigten Sachen und das wird ersetzt durch neue Sachen, die sich dann vermutlich eben danach richten, was ich bislang so gespielt habe. Und auch hier wiederum wird es dann Sachen geben, auch für Klassen, die ich nicht so viel gespielt habe. Aber der Kernpunkt ist, Blizzard will Stress machen. Siehst du diese schönen Sachen? Die sind nicht für immer da. Wenn du jetzt nicht kaufst, dann sind sie vielleicht weg und wer weiß, wann sie wiederkommen. Das ist inzwischen leider relativ gang und gäbe. Auf verschiedenste Art und Weise soll die sogenannte FOMO des Spielers ausgenutzt werden. Die Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen. Ich bin absolut kein Fan davon, mit solchen irgendwo schäbigen psychologischen Tricks zu arbeiten, um vorzugaukeln, dass man doch jetzt dringend zuschlagen soll. Es gibt keinen Grund, dass diese Güter rotieren müssen. Es sind virtuelle Güter, die in unbegrenzter Zahl vorhanden sind. Der einzige Grund, warum sie rotieren, ist, dass Blizzard uns A, Druck machen kann und uns B, vorgaukeln kann, dass ständig coole neue Sachen kommen. Wir als Spieler haben überhaupt nichts davon, dass dieser Shop durchrotiert. Es ist jetzt nicht das Schlimmste auf der Welt, aber es ist nervig. Und es ist kein guter Einstieg in diesen Shop. Aber gucken wir uns doch mal an, was denn jetzt die Sachen sind, die wir da kaufen können. Vor allem sind es Charakterskins. Dieser Gespensterfürst hier, gucken wir ihn uns mal im Detail an. Hier ein Helm, Brustpanzer und so weiter. Das ist ja eine volle Rüstungsgarnitur. Dazu geht oft auch noch sowas wie diese Bemalungen hier und Schild- oder Waffenskins. Das hier ist eine volle Garnitur, allerdings nur für den Totenbeschwörer. Also das ist nicht für jede Klasse verwendbar, im Gegensatz natürlich zu eigentlichen Items im Spiel. Es sind dafür aber auch nur kosmetische Items. Du kriegst hier keine tatsächlichen Gegenstände. Du kriegst kosmetische Skins für Gegenstände, die man, wie man hier oben sieht, nur auf Waffen des selben, also auf Items des selben Typs anwenden kann. Das sind die häufigsten kaufbaren Items. Es gibt aber auch noch weitere kosmetische Sachen. Es gibt Pferderüstungen. Natürlich. Weil wenn wir schon DLC und Kram verkaufen, dann warum nicht auch richtig, warum nicht den archetypischen Klassiker? Ich meine, ich gebe es zu. Ich finde die ist irgendwie ganz lustig, sogar das Gewicht von Gold. Man kriegt hier eine Rüstung für sein Pferd und auch noch dazugehörige Trophäen. Und es wird noch ein bisschen quatschiger. Es gibt dann auch noch Accessoires. Und das ist einfach ein Item für den Rücken, ein Emote und dann auch noch einen glockenförmigen Grabstein. Auch das, Standardpraxis in modernen Spielen, extra mehr komischen Quatsch ins Spiel einbauen, für den man dann kosmetische Varianten verkaufen kann. Es ist nicht ganz auf dem Level von Grenzstein-Skins für Siedler, aber käufliche Emotes in einem Diablo ist halt trotzdem irgendwie, sag ich mal, Es ist sehr modernes Gaming, sagen wir es so, mehr als ich gerne hätte. Das sind also die Sachen, die man so bekommt. Hier haben wir nochmal die anderen Reittiere. Das ist in der Regel eben so ein Paket. Das sind teilweise unterschiedliche Sachen, aber es sind meistens hier dann eben auch wieder Trophäen und eine Rüstung dazu. Diese Pakete in der Regel sind, was man hier kauft. Und was bezahlt man jetzt dafür? Es gibt natürlich auch da wieder, wir gehen das Bullshit-Bingo moderner Gaming-Shops durch. Es gibt natürlich eine Ingame-Währung. Du kaufst nicht einfach für echtes Geld direkt. Du siehst nicht direkt, wie viel es kostet. Aber man muss auch so fair sein, diese Ingame-Währung ist eine der harmloseren, die ich bislang so gesehen habe. Denn erstens ist der Umrechnungskurs recht einfach ersichtlich. Platin ist ungefähr 100 Platin 1 Euro. Nicht ganz perfekt, weil zum Beispiel 2.800 kriegst du für 25, weil dann fangen die, wow, super Value, guck mal, 300 Platin kostenlos obendrauf Bonus-Pakete an. Man kann es aber trotzdem grob umrechnen und kann das auch ganz gut im Kopf haben. Und es ist tatsächlich nicht so, wie man jetzt, man würde jetzt erstmal denken, und das dachte ich ehrlich gesagt zuerst auch, bis ich eines Besseren belehrt wurde, dass man hier nur Pakete kaufen kann, die man dann so nicht eins zu eins ausgeben kann. Und dass dir immer was übrig bleibt, damit du einen Anreiz hast, mehr zu kaufen. Du kannst aber tatsächlich, weil du einen 200er und einen 500er und einen 1000er Schritt hast, dir dann doch meistens das so zusammen kaufen, dass du genau auf den Betrag kommst, den du haben willst. Ich bin trotzdem kein Fan von dieser Währung und zwar ist es natürlich trotzdem noch einfach nervig. Also mal ein Beispiel, wenn ich jetzt hier zum Beispiel etwas für 800 kaufen will, diese Blutmaßnahmen hier. Dann könnte ich mir 1000 kaufen, dann habe ich was übrig. Ich könnte mir 500, 200, nochmal 200 kaufen, komme ich auf 900, habe ich immer noch was übrig. Oder ich kaufe mir viermal 200, was dann schon ein Weg ist, dass ich genau das bekomme, was ich will und nichts übrig habe. Ich muss mir aber auch vier einzelne Pakete kaufen, die kleinsten, die es gibt. Und wir wissen alle, dass die Entwickler natürlich hoffen, dass ich auf vier separate Käufe keinen Bock habe und dann denke, ach komm, gib mir das 1000er Paket und dann habe ich halt 200 übrig und dann habe ich nicht alles ausgegeben und dann gucke ich doch wieder, kann ich vielleicht noch was kaufen, kann ich mir noch ein Paket kaufen. Kennt man, ist hier, wie gesagt, so fair muss man sein, nicht so schlimm wie in anderen Spielen. Hier gibt es immerhin die Option, für viermal 200 dann das 800 Ding zu bekommen. Andere Spiele setzen diese Preise so, dass du prinzipiell immer noch Währung übrig hast und nie genau auf das kommst, was du haben willst. Und das ist immer nervig. Der Spieler hat absolut nichts davon, dass er nicht einfach direkt für Euro im Shop kaufen kann und immer diese unsäglichen Währungen zwischengeschaltet sind. Entwickler rechtfertigen das gerne damit, dass durch diese Ingame-Währung, da können wir euch ja dann auch ab und an was schenken. Und guck mal, da können wir euch dieses 300 kostenlos dann geben und so weiter und so fort. Totaler Quatsch, das könnte man alles auch, andere Shops haben auch einfach nur Guthaben und haben einfach nur Euro. Und es funktioniert super und in der Regel schenken sie dir auch nicht so viel Ingame-Währung, dass es je relevant wird. Und unterm Strich dienen diese Währungen nur dazu, es dem Kunden schwerer zu machen, seinen Kauf einzuschätzen und seinen Kauf für ihn bequem zu tätigen. Sie sind eine Zwischenmaßnahme, die Leute dazu bringen soll, im Idealfall mehr auszugeben. Punkt. Ich finde, wir könnten die komplett aus dem Gaming streichen, es ginge nichts verloren. Aber nochmal, Diablo 4 ist hier nicht das schlimmste Beispiel, aber halt auch nicht das Beste. Vor allem nicht, wenn wir uns angucken, wie viel der Kram denn dann tatsächlich kostet, wenn man mal die Umrechnung macht. Der Gespensterfürst, hier das erste Item, das ich sehe, ein schöner prestigeträchtiger Totenbeschwörer-Skin, 2800 Platin. Wir hatten es gerade 25 Euro für einen Skin, den ihr für eine Klasse benutzen könnt. Und wenn ihr jetzt vorm Bildschirm sitzt und euch denkt, was regt der sich denn so auf, das sind doch die Preise für solche Skins, das ist doch in anderen Spielen auch so, dann ist das genau das Problem. Es ist tatsächlich so, ich muss es ehrlich einräumen, auch hier ist Diablo 4 nicht ungewöhnlich schlimm. Aber die Tatsache, dass wir das im Gaming schon als fast schon die Norm erwarten inzwischen, ja, 25 Euro für einen Skin, das ist halt der Preis, das hat sich so etabliert. Wenn wir mal drüber nachdenken, wie absurd das ist, das ist hier ja nicht mal ein Free-to-Play-Spiel. Das ist ein Spiel, das 70 Euro kostet oder sogar mehr, je nachdem, welche Edition du gekauft hast. Und das hier ist jetzt so ziemlich das Teuerste, was ich kaufen kann, aber der Rest, die Glocke da. Das spricht euch an, ja? Ne, das spricht mich nicht an, das sind 10 Euro. Das zieht sich durch. Hier, dieses hier sind auch nochmal 25, 18, die Pferderüstung 16. In keiner Form vernünftige Preise für das, was du bekommst. Das sind willkürlich festgelegte Preise für virtuelle Güter. Nach gut Dünken der Entwickler, was sie halt der Meinung sind, dass wir bitte bezahlen sollen. Ohne, dass es irgendeine Korrelation zu dem hat, was man irgendwie geboten bekommt. Es gibt Sachen, die etwas billiger sind. Das sind dann 8 Euro für so ein Schild auf dem Rücken und ein Hornbläser-Emote. Und halt noch so eine Löwenstatue als Grabstein. Okay, ist ein durchschnittlicher Gaming-Shop mit durchschnittlichen Gaming-Preisen. Das macht es nicht gut. Das macht es weniger schlimm. Zumal man tatsächlich immerhin, um zu den guten Sachen zu kommen, wirklich sagen muss, es ist tatsächlich nach aktuellem Stand ein rein kosmetischer Shop. Blizzard hat immer wieder versprochen, es wird kein Pay-to-Win geben. Sie haben sich mit Diablo Immortal leider komplett unglaubwürdig gemacht mit solchen Versprechen. Weil da hieß es auch, ja, ja, ihr könnt keine Ausrüstung kaufen. Und dann hieß das, Ausrüstung nicht. Aber die Edelsteine, in die ihr in eurer Ausrüstung einsetzt und die den Großteil eurer Power ausmachen, in die könnt ihr hunderte Euro stecken, Leute. Zieht vom Leder, Cashed rein. Da war das Quatsch. Hier ist es kein Quatsch nach aktuellem Stand. Es sind tatsächlich alles kosmetische Items. Und es sind sogar ignorierbare Items. Man sieht da vielleicht mal was und denkt sich, das sieht cool aus. Ich gebe zum Beispiel zu, der Gespensterfürst hier, ich finde den schon nicht völlig verkehrt. Aber zur weiteren Ehrenrettung der Entwickler in diesem Fall, sehen deine Charaktere auch ohne Skins, also ohne käufliche Skins im Spiel cool aus. Und das ist ja auch nicht immer so, selbst bei einem sonst sehr hochgelobten und auch sehr fairen Spiel wie Path of Exile, das ich hier sonst nicht kritisieren will, aber da siehst du wie eine Mülltonne aus, wenn du keine Skins kaufst. Man verzeiht es ihm etwas mehr, weil das Spiel viel to play ist und unglaublich viel Content bietet, bevor du zahlen musst. Also du musst für Content gar nicht zahlen, du solltest vielleicht irgendwann mal Stash-Tab, sonst kannst du es nicht wirklich sinnvoll spielen. Aber da ist das okay, aber trotzdem. In Diablo, und das war sogar schon in Diablo Immortal so, ausnahmsweise diese eine Lanze breche ich für Diablo Immortal. Auch dort sahen die normalen In-Game-Items schon cool aus. Du musstest nicht zahlen, um grundlegend cool auszusehen. Und das musst du auch in Diablo 4 nicht. Und der Shop wird dir auch nicht immer wieder in die Fresse gedrückt. Wie das bei Diablo Immortal der Fall war. Es gibt nicht eine Quest, die du abschließt und dann so, ey, du hast was freigeschaltet. Ein neues 800% Value-Paket ist jetzt im Shop. Zum Glück nicht. Würde einem Vollpreisspiel auch sehr schlecht zu Gesicht stehen. Trotzdem muss man sich ja heutzutage schon drüber freuen, dass Blizzard sich das verkniffen hat. Es gibt dann noch diesen Erweiterungstab, wo aktuell nur dieses Grabjäger-Paket drin ist, was so eins von diesen üblichen Starter-Paketen ist. Das ist dann lustiger, weil das geht für Euro zu kaufen, ausnahmsweise. Und da kriegst du ein paar ziemlich hässliche, wie ich finde, Pferde- und Waffenskins und mehr Platin, als du sonst zu dem Preis bekommen würdest. Also für sieben Euro kriegst du acht Euro an Platin-Wert. Also jetzt auch nicht der Hammer-Deal, aber so ein typisches Starter-Paket. Und für die 800 Platin kannst du auch tatsächlich was kaufen dann schon im Shop. Ich finde es jetzt, wie gesagt, ich finde diese Items hier hässlich. Würde mir das nicht holen, aber ist ganz nett. Es ist ein bisschen sonderbar, dass es einen eigenen Erweiterungstab gibt, wo nur das drin ist. Ich würde mal vermuten, später, wenn größere Content-Add-ons noch kommen, sind die vielleicht auch hier. Eine große Frage ist aber noch offen. Und zwar gibt es einen Tab, der hier später auftauchen wird, den wir aktuell noch nicht sehen. Und zwar den Battle Pass. Der Battle Pass wird erst mit der Season dazukommen und erst mal ein klassischer Battle Pass sein. Es gibt bezahlte Stufen, es gibt Gratis-Stufen. Man levelt auf, man schaltet die frei. Und man kann sich auch beschleunigten Battle Pass kaufen, der dann Stufen frei schaltet, dass du nicht alle ergrinden musst. Da gilt das gleiche Fazit ein bisschen vorab jetzt schon mal. Ohne jetzt, wie gesagt, er ist noch nicht da. Wir kennen aber schon ein paar Details. Er wird mit 10 Euro starten. Dann die erweiterten Versionen sind teurer. Und da gibt es dann noch ein exklusives Emote mit dazu. Emotes, wie gesagt, warum verkauft ihr mal in einem Diablo Emotes? Ich weiß es nicht. Ich will es auch. Ja, pfeift drauf. Und du sollst dann da weitgehend kosmetische Sachen freischalten. Mit einer Ausnahme kommen wir gleich dazu. Es gilt da für mich das gleiche Fazit wie bei den meisten anderen Sachen. Mir ist bewusst, dass man Diablo 4 hier nicht herausnehmen kann für, ich sag mal, herausragende Kritik. Es macht hier nicht etwas, was nicht haufenweise andere Spiele auch schon machen. Ich finde, Battle Pass ist trotzdem eines der absurdesten Geschäftsmodelle, die sich im Gaming etabliert haben. Und es ist ein wenig bizarr, finde ich, dass sich das überhaupt etabliert hat. Weil was macht man da? Man zahlt Geld dafür, sich zu verpflichten, das Spiel möglichst lange zu spielen. Idealerweise eine festgelegte Zeit. Wenn man das nicht tut, kriegt man nicht alles, wofür man bezahlt hat. Man kann aber Buße tun, indem man dann noch mehr bezahlt, um die Stufen freizuschalten, die man nicht erspielt hat. Das ist irgendeine Art von bizarrer, selbstgewählter, selbstbezahlter Eigenknechtschaft, obwohl man doch eigentlich einfach nur zocken und Spaß haben will. Wenn du das Spiel eh viel zockst, das sehe ich ein, ist ein Battle Pass auf ein netter Weg, derweil noch extra Belohnungen zu bekommen. Und ich bin tatsächlich auch bereit, das will ich betonen, für ein Diablo 4, das regelmäßig neuen Content bekommt und coole Seasons bekommt, regelmäßig Geld zu bezahlen. Ich bin sogar der Meinung, das sollte ich dann, wenn ich das spiele, weil Spielentwicklung ist aufwendig und kostet was. Gute Arbeit will gut entlohnt werden. Diablo 4 ist tatsächlich nach aktuellem Stand ein wirklich tolles Spiel geworden und ich habe große Lust, es ausgiebig zu spielen und ich bin sogar der Meinung, es war ein Fehlerstrichproblem, dass Diablo 3 nach dem sehr berechtigten Ende des Auktionshauses, das war Mist, keinen Weg gefunden hat, sich irgendwie auf eine kundenfreundlichere Art zu monetarisieren. Weil das hat dazu geführt, dass die Seasons am Ende relativ lahm waren, weil sie keinen Mechanismus hatten, dass es sich rentiert hätte, wie bei Part of Exile, regelmäßig fetten Content rauszuhauen. Ich hätte mir gewünscht, sie hätten es irgendwie mehr gemacht mit krassen Add-ons wie Reaper of Souls und Klassenpaketen wie dem Nekromandenpaket. Das wäre meine bevorzugte Variante gewesen. Dass sie aber gar nichts gemacht haben, hat dann auch dazu geführt, dass das Spiel halt sogar verständlicherweise nur noch begrenzt oder stützt werden konnte. Und dafür, dass ein Spiel intensiver unterstützt wird, bin ich bereit zu zahlen. Ich hätte nur gern trotzdem dabei das Gefühl, dass ich irgendwie dann für die Sachen, die ich kaufe, selbst wenn ich sie auch kaufe in dem Bewusstsein, ich zahle hier auch einfach, um die weitere Entwicklung zu unterstützen, dass ich irgendwie einen fairen Deal mache. Und bei FOMO, bei Battle Pass und bei 25 Euro für einen Skin wankt dann meine Bereitschaft der Unterstützung doch ein wenig. Weil ich nicht das Gefühl habe, dass wir auf Augenhöhe Geschäfte machen, um es mal so auszudrücken. Und dann kommt noch dazu, dass beim Battle Pass auch noch eine gewisse Ungewissheit herrscht, ob sich da dann nicht vielleicht doch eine unze Pay-to-Win einschleichen wird. Denn im Battle Pass wird es auch spielrelevante Belohnungen geben. Die wird es zwar in den Gratistracks nur geben, also man kann, es gibt keine spielrelevanten Belohnungen, soll zumindest nicht geben, die du nur bekommst, wenn du zahlst. Man kann ja aber diesen beschleunigten Battle Pass kaufen, mit dem man schneller levelt. Und es ist noch nicht ganz klar, wie das interagiert mit diesen Stufen. Blizzard hat gesagt, es soll als Extraschutzmaßnahme die spielrelevanten Belohnungen auch noch eine Charakterstufe erfordern. Aber das ist noch nicht sicher, dass das dann kein Problem ist. Wir können uns das mal im Detail hier anschauen, denn es gibt schon erste Bilder vom Battle Pass. Battle Pass Stufe 15 werden Aschen freigeschaltet, das sind spielrelevante Belohnungen, auf Stufe 20 auch nochmal. Und du brauchst dafür aber auch noch Charakterstufe 10. Jetzt ist die Frage, was erreichst du durch normales Spielen zuerst? Wir wissen schon, dass Charakterstufe 10 sehr schnell geht. Während ein Battle Pass eigentlich darauf ausgelegt ist, also in dem Fall auch, über mehrere Monate zu gehen, wird man also Stufe 15 im Battle Pass erreichen, bevor man einen Charakter auf Stufe 10 hat? Es scheint mir schwer vorstellbar. Natürlich ist aber hier dieser Screenshot, das kann auch noch ein Mockup sein, da können sich Dinge ändern. Vielleicht ist die Charakterstufe im fertigen Spiel höher. Aber es besteht eben die Möglichkeit, dass du deinen Charakter auf dem notwendigen Level hast, bevor du deinen Battle Pass auf dem notwendigen Level hast. Und dann ist der beschleunigte Echtgeld-Extrakosten-Battle Pass ja doch wieder ein Vorteil, weil du hast den Charakter schon und kriegst dann diese Passstufe schneller als jemand, der nicht zahlt. Und das wäre ziemlich fatal, vor allem weil wir hier von den Seasons reden, also von dem Season-Wettstreit, wo es ja auch darum geht, möglichst schnell zu sein und keine unfairen Vorteile voreinander zu haben. Dieses Risiko besteht noch, man muss aber auch so fair sein, bislang hat Blizzard seine sonstigen Versprechen zum Shop eingehalten. Er ist rein kosmetisch, er ist optional, sie haben nie gesagt, dass er billig wird, also haben sie hier immerhin nicht gelogen und man kann ihn gut ignorieren. Mein Fazit ist also, der Shop macht das Spiel nicht kaputt. Und dafür muss man heutzutage ja schon dankbar sein. Ich finde es trotzdem schade, dass sich derartige Preise und komische Modelle wie Rotation und Battle Pass zwischen einfach als so normal etabliert haben, dass man da irgendwie sich schon fast komisch fühlt, wenn man es übermäßig kritisiert. Aber es ist darunter ein tolles Spiel, das man auch ohne diesen Shop genießen kann. Und das ist mehr als man für manch anderes Blizzard-Spiel der letzten Jahre sagen kann. Also, yay! Sagt mir gern, was ihr vom Shop haltet. Findet ihr, ich reg mich da zu sehr über Sachen auf, die inzwischen doch normal sind? Oder seid ihr auch etwas irritiert über gewisse der Angebote dort? Ich freue mich auf eure Kommentare und nicht nur dazu, sondern auch zu diesem YouTube-Kanal. Der ist neu, das hier war das erste Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir sehr gerne Feedback dazu, schreibt mir gerne, was ihr hier sonst noch so sehen wollt. Denn wir wollen diesen Kanal jetzt regelmäßig mit neuen Videos befüllen, mit Analysen zu den aktuellen wichtigen Themen rund ums Gaming. Fundiert, diskutiert, hoffentlich. Ich gebe mein Bestes. Also, falls das nach etwas klingt, worauf ihr Bock habt, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo dalasst. Und vielleicht sonst auch mal auf Twitch vorbeischaut, denn da bin ich ebenfalls weiterhin fünf Tage die Woche live auf Twitch.tv. Maurice Weber. Aktuell könnt ihr wieder zuschauen, wie ich mich durch Diablo-Metzle. Und ansonsten sage ich jetzt einfach mal ganz optimistisch, voller Zuversicht, dir garantiertem neuen Abonnenten, der du ganz eindeutig bist. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.